ZERO PRODUCTION MEINFORMIT MEINFORMIT Anfangs ein Niemand, doch jetzt müssen sie sich meine Parts geben Jeden Tag auf YouTube muss ich neue, miesen Content sehen Zum Beispiel dieser Doppel, der denkt, er ist hier ganz groß geworden Nach dem District hatte sich aber von YouTube zurückgezogen Heute ist es anders, jetzt bin ich ein Teil vom Kanal Spaß beiseite, jeder weiß, ohne dich, Bruder wär ich nicht da Dann gibt's aber einen, der denkt, er wäre krass Keine Videos mehr und hängt ab wie eine Ananas Du lässt deine Fans im Stich und hast sie nur verraten Da sind deine DA-Boys noch mehr als zu erwarten Und dann noch Duos, Lukas und Korbidi, Bibi, die waren Ihr seid fast so irrelevant, wie dieser kleine Jan Im Gegensatz zu mei, steht an euren Videos ein bisschen Arbeit Trotzdem ist euer großer Erfolg noch ziemlich weit Schon seit Tag, als baute ich mir alles alleine auf Und ihr bekommt das nicht, wollt zu zweithilfeiert, nicht so Femina Und Max, mit deinem MBT wirst du nichts reißen Kaum einer wollte einreichen, aber das wird schon nichts heißen Es hieß es MC Plipper oder Michu, diese kleinen Nusten Im MBC ist auch jeder nur Wege in diesen Wandelboots Tim dieser Versager verbiegt sich komplett für die Klicks Ist wie ein J2.0 und endet daran nichts YouTuber Ansage, du hast mich nominiert Aber ein falsches Wort von dir und du wirst eliminiert Jani kann sich nicht entscheiden, bleibt random Wie sein Name sein könnte, nur es ist Juri Was für eine Blemage im Battle gegen mich Hast du schwer gehabt als Psycho Du wurdest gut aufgesogen, so wie dieser Cracko Hängst seit Ewigkeiten auf deine 700 Abos fest Doch ohne Mark den Lappen hätte man dich schon längst ausgesetzt Recki 69 wagt nen Neuanfang mit Videos Aber damals und auch heute bist du Luke überhaupt nicht groß Zesh, ich frage dich, was ist aus dir geworden? Mach dasselbe Video Witzchen, wurdest du so verdorben? Deine Top 4 abgelehnten Top BB Qualifikation Dasselbe sagte er doch schon mal an seine Mikrofon Und Max, mit deinem MBT wirst du nichts reißen Kaum einer wollte einreichen, aber das wird schon nichts heißen Als ist es MC Plipper oder Michu, diese kleinen Nuss im MPC Ist auch jeder nur wegen Wandelboots Tim dieser Versager, der wies sich komplett für die Klicks Ist wie ein J2.0 und endet daran nichts YouTuber Ansage, du hast mich nominiert Aber ein falsches Wort von dir und du wirst eliminiert Und wiederum dich in den HBF, du hast mich auf die Klicks Und wiederum dich um ein B sfot, du hast mich auf die Klicks Und wiederum dich um ein Verzweizung Und wiederum dich um dieses Spiel